Vincent ist mein Gegner-Coach, aber Vincent war trotzdem mega nett, er ist mir immer schon auf den Gängen begegnet und konnte sich auch direkt an meinen Namen begegnen, er war so, hey Egon, ich bin immer noch sauer, dass du nicht in mein Team gekommen bist und auch nach dem Finale, hey, hast du mega cool gemacht, leider falsches Team, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch, aber er war wirklich mega, mega nett.